AliExpress feiert bis morgen noch Singles Day und ich habe hier ein paar interessante Angebote gefunden. Zum Beispiel das Happy Mobula 7 für knappe 88 Euro. Also für 88 Euro mit den Coupons bekommt ihr den Happy Mobula 7. Ich würde den mit LRS nehmen, der leider schon weg ist. Also den Mobula 7 bekommt ihr für ca. 90 Euro. Mobula 7 ist ein super toller Quad. Ich habe den mit Express LRS 2.0. Das ist super leicht und da mache ich diese spezielle Promohart. 5 Dollar weniger, hier 30 Dollar sind es hier ca. 15 Dollar Rabatt. Dann sehe ich hier schon ich habe schon 15 Dollar Rabatt, dann bin ich schon bei 99 Dollar. Dann gibt es einen Coupon auf meiner Seite. Der 11 super diesen Coupon, trage ich mir hier ein und dann bin ich bei 88,51 Dollar. Das wäre heute ungefähr 88 Euro. Dann das nächste Angebot Jumper T-Lite V2 mit Express LRS Modul. Die kostet 67 Dollar und mit meinem Coupon bekommt ihr die für unter 50 Euro. Also für 48 Dollar. Die Jumper T-Lite V2 ist eine sehr gute Einsteigerfunker. Funktioniert tadellos. Ich finde die klasse für den Einstieg. Oder man nimmt eine Jumper T-Pro. Die Jumper T-Pro hat auch hier diesen super Angebot. Man kann die sich hier mit Express LRS Modul nehmen. Dann bekomme ich hier 15 Dollar Rabatt und dann komme ich mit dem Coupon auf einen Preis von ungefähr 82,80. Wenn man nach Express LRS Empfängen sucht. Es gibt nun neue von Happy Model, die EP1. Die kennt man, aber die haben jetzt einen Temperatur kompensierten Quarz Oszillator. TCXO. Und das ist die neue Version. Und das sind die hier, wo hinten steht auch TCXO. Das sind die neuen. Finde ich interessant. Da wird nämlich je nachdem wie die Temperatur, die Außentemperatur ist, wird auch die Frequenz korrigiert, so dass wenn es kalt ist oder wenn es zu warm ist, ich immer die gleiche Empfangsfrequenz auf dem Empfänger habe. Und hier bekommt man die EP2 mit der Keramik Antenne. Aber noch besser sind immer die EP1 mit der Antenne. Da sind immer zwei Antennen dabei. Das sind momentan aktuell die besten Express LRS Empfänger. Für Einsteiger gibt es die günstige ECHIN EV800D FPV Brille für unter 64 Euro bei UU Drohnen Anbieter. Den Darwin 3 Zoll Quad gibt es momentan für 62 Euro mit dem Coupon. Ich würde aber statt dem günstigeren lieber den 20 Dollar teurer Pro Version nehmen, weil die hat nämlich die KDX Kamera, die deutlich besser ist als die günstige Kamera von Baby Ape. Also wenn, dann die Pro Version. Die Pro Version kostet abzüglich dem Coupon 83 Euro. Dann gibt es noch einen günstigen 5 Zoll Quad. Der ist zwar nur 4S, aber den bekommt man 403 Euro und das inklusive dem Versand. Der Quad ist okay, also fliegen tut er richtig, wenn man ihn richtig einstellt. Die Kamera finde ich aber nie so gut. Wenn nach einem 1 bis 2S Flugcontroller sucht. Hier gibt es den aktuellen X12 also mit 12 Ampere ESC. Das ist eine gute Flugcontroller wo alles drauf ist. Das heißt ich habe den Express LRS Empfänger drauf und ich habe auch einen Videosender drauf. Sogar bis 400mW. Hier ist nur ein kleiner Nachteil, wenn man den Videosender tatsächlich dann höher als 25mW setzt, dann wird das Board recht warm. Also ich halte nicht unbedingt viel davon, dass der Videosender auf dem Board ist. Ich mag lieber wenn der Videosender getrennt ist, dann überhitzt sich das Board nicht und somit läuft dann auch der Express LRS Empfänger besser. Aber für ein Whoop ist es ein super Board. Dann gibt es noch von Happymodel den Crux 35. Die KDX Ant Kamera 1404 Motoren. Der fliegt sich fantastisch. Den Rahmen finde ich nur ein bisschen dünn. Der kann schon mal schnell brechen bei einem Crash. Dann gibt es den Speedybee F405 im Angebot. V3. Der kostet ungefähr 61 Euro. Finde ich auch guter Preis mit einem 50 Ampere ESC Board. Mit Hilfe von Bluetooth kann man über Speedybee App alle Einstellungen von Betaflight konfigurieren. Für die Leute die eine DJI Brille haben und eine neue Vista brauchen. Hier gibt es von Runcam Falcon Nano Kit. Kostet ungefähr 131 Euro und das ist die Version wo die Kamera mit 120 Bilder pro Sekunde läuft. Also ein gutes Set. Wenn noch einen vernünftigen Videosender sucht, vor allem mit Mikrofon, finde ich hier den HGL-RC Zeus sehr gut. Da bekommt man zwei Stück für einen Preis von 24 Euro. Das heißt pro Stück 12 Euro. Guter Preis für einen guten Videosender der bis 350mW sendet. Und die Leute die DJI digital fliegen und ab und zu gerne mal jetzt im Winter analogen Quadcopter fliegen möchten. Für die gibt es hier diesen analogen Adapter. Das ist dieser RX Port. Natürlich braucht man hier noch einen richtigen analogen Empfänger, weil für die 17 Euro bekommt man hier nur das Board mit dem Kabel, wo man hier einen Empfänger drauf stecken kann und so kann man dann mit der DJI Brille analog fliegen. Wer digital HD0 fliegt und den Happy Model Mobula 6 haben möchte, der bekommt den momentan bei AliExpress 475 Euro. Hier muss man bedenken, dass der Preis noch verzollt werden muss, dass es fallen noch Zollgebühren an. Dann gibt es noch den neuen Moblite 7 mit Walksnail Digital Sender. Das ist hier der neue Happy Model Moblite 7. Wiegt ungefähr 34 Gramm und den bekommt man für ca. 183 Euro aber zuzüglich Mehrwertsteuer. Und zuletzt es gibt noch den neuen aktuellen GEP-RC Cinebot 30, ein 3 Zoll CineWoop, der mit KDX Nebula Pro ausgestattet ist. Und den bekommt man zur Zeit auch für 342 Euro von AliExpress direkt von GEP-RC Store. Und hier muss man auch noch bedenken, dass hier bei dem hohen Preis über 150 Euro auch noch Mehrwertsteuer anfallen. Ja das war meine Auswahl der Angebote zum Single Stay bei AliExpress. Viel Spaß beim Fliegen!